Ihr habt ein Intuvia-Display, wollt aber gerne ein bisschen mehr haben, zum Beispiel Navigation und noch viel, viel mehr Möglichkeiten, dann heißt es umrüsten auf das Neon. Wie einfach und unkompliziert das Ganze geht und welche Funktionen das Neon hat, das zeige ich euch in diesem Video. Ja und damit willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ihr seht es schon vor mir, ich habe jetzt gerade das Intuvia-Display von Bosch drauf und wie so viele von euch wünschen sich einige, auch unsere Kunden, eine Möglichkeit der Navigation, das ist so Thema Nummer eins und natürlich ein paar mehr Möglichkeiten, vielleicht auch Farbdisplay, ein paar mehr Parameter, dass ich bessere Möglichkeiten habe, meine Touren auch zu tracken, ein bisschen mehr Statistiken sehe und die Möglichkeit habt ihr tatsächlich, wenn ihr ein Intuvia-Display besitzt, denn dieses Intuvia-Display hat die gleiche Aufnahme wie die von dem alten Neon, was 2015 glaube ich das erste Mal rausgekommen ist auf dem Markt und sich sehr großer Beliebtheit erfreut hat. Dieses Display, dieses Neon, das alte, das von 2015 ist nicht mehr im freien Handel erwerbbar, man kann sich das aber unter anderem noch im Internet, bei Ebay oder anderen Plattformen ganz günstig auch mittlerweile mal schießen und der Umbau ist wirklich sehr, sehr einfach. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch gleich nochmal. Jetzt wollen wir uns erstmal das neue Neon aufstecken und zwar haben wir hier die gleiche Aufnahme, das ist das Schöne und dann können wir das Neon hier einfach drauf packen. Zack und schon kann es losgehen. So und ihr seht schon auf den ersten Blick, das sieht schon deutlich besser aus. Ich habe einen sehr großen Bildschirm, ich habe ein Farbdisplay und ich befinde mich jetzt hier auch gleich in den Karteneinstellungen, in der Navigation und das ist wirklich sehr, sehr übersichtlich, dass ich da wirklich gut mit navigieren kann. Dann gehen wir mal direkt rein in die Funktion. Das Display ist ein wenig umfangreich. Ich versuche es mal so lezent wie möglich zu halten und euch das Wichtigste zu erklären. Und zwar starten wir einmal mit der Verbindung zu der eBike Connect App von Bosch. Die Möglichkeit habt ihr auch, ihr könnt dieses Display immer noch mit der App verbinden und habt dann eure Statistiken und euer Tracking auch direkt in der Bosch App und könnt euch von der Bosch App, wenn ihr da zum Beispiel eine Tour plant, die dann auch direkt hier aufs Display ziehen. So wie man das kennt vom Kiox zum Beispiel oder auch vom neuen Neon. So, dann haben wir wie gesagt die Möglichkeit hier über diesen Joystick hier am Display oder am Joystick am Controller auf der linken Seite hier durchzugehen. Ich mache es jetzt mal hier über den Controller auf der linken Seite. Entweder haben wir die Möglichkeit mit oben oder unten hier durchzublättern durch unsere Overlays. Das sind die verschiedenen Overlays, da kommen wir gleich nochmal zu. Oder ich kann, wenn ich den Joystick nach links drücke, dann habe ich auch die verschiedenen Übersichten. Ich habe hier einmal das Dashboard, dann den Right-Bildschirm, Karte und Navigation, Fitness und dann nochmal gesondert die Einstellungen. Das sind so die Hauptbildschirme, die ich habe in diesem Display. Und dann fangen wir mal hier an beim Dashboard. Dann starten wir mal oben bei der Übersicht, bei der Uhrzeit. Die wird mir hier oben angezeigt. Darunter habe ich dann einmal den Akkustand. Unten einmal die Verbindungen. Ob ich mit WLAN verbunden bin, Bluetooth. Ich kann zum Beispiel auch ein Herzfrequenzmesser anschließen bzw. verbinden und meine Herzfrequenz tracken lassen. Und ob ich denn ein GPS-Signal habe. Das ist dann wichtig, wenn man mit der Navigation fährt. Darunter sehe ich dann, welche Version hier gerade drauf gespielt ist. Kann ich prüfen, ob ich die neueste Version habe. Dann sehe ich darunter, wann zuletzt denn meine Aktivitäten synchronisiert wurden. Und dann gehen wir einmal hier oben weiter zur Gesamtstrecke. Die sehe ich dann hier. Daneben dann den besten Monat. Was ich im besten Monat gefahren bin an Strecke. Und was ich im aktuellen Monat gefahren bin. Das sehe ich dann auch nochmal hier in diesem kleinen Schaubild. Und hier unten habe ich dann nochmal eine Statistik in Form von Kurven. Da sehe ich dann nochmal meine Distanz in den letzten 30 Tagen. Dann habe ich einen Kurvenverlauf. Dann kann ich auch sehen, was habe ich denn wirklich so in den letzten Tagen geleistet. Ganz oben rechts nochmal Geschwindigkeitsanzeige. Und das ist dann einmal das Dashboard oder der Dashboard-Screen. Dann gehen wir weiter in den Right-Screen. Das ist dann sozusagen auch meine Home-Screen sozusagen. Also wenn ich jetzt hier auf diese Home-Taste hier klicken würde, dann würde ich immer wieder in diesen Right-Screen reinkommen. Und da habe ich dann auch nochmal hier oben einmal die Uhrzeit. Die Geschwindigkeit ist klar. In welchen Unterstützungsmodus ich mich gerade befinde. Den Unterstützungsmodus, den kann ich natürlich mit Plus und Minus wie gehabt durchschalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel höher gehe, dann kann ich in die Tour Sport oder in den Turbo gehen. Und ihr seht schon, dementsprechend wird hier zum Beispiel dann auch meine Akku-Reichweite noch angezeigt. Wenn ich natürlich im Echo bin, ist es ein bisschen mehr, als wenn ich dann in den Turbo gehe. Batteriestand nochmal hier unten. Hier das kleine Symbol ist nochmal GPS, ob ich Signal habe oder nicht. Dann zeigt er mir hier einmal noch die Durchschnittsgeschwindigkeit an. Und hier nochmal mein Trip, also meine Tageskilometer. Bei den verschiedenen Screens habe ich auch nochmal die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen auszuwählen. Und zwar kann ich dann mit dem Joystick einmal nach rechts gehen. Und dann öffnet sich da nochmal ein kleines Menü. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel, oder hätte ich jetzt die Möglichkeit, individuelle Fahrmodi mir anzulegen oder die zu bearbeiten. Das kennen wahrscheinlich viele schon von anderen Displays. Ist bei Bosch jetzt hier nur in der Premium-Version möglich, müsste ich mir dann über den Shop in der eBike Connect App von Bosch freischalten. Und dann könnte ich meine Fahrmodi individuell anpassen. Also wirklich sagen, wie möchte ich denn im Echo, im Tour, im Sport- oder Turbo-Modus unterstützt werden. Und könnte mir das dementsprechend selbst definieren. Darunter habe ich dann einmal den Benutzer-Screen. Beziehungsweise ich kann jetzt umschalten. Ich könnte mir hier einmal einen eigenen Screen anlegen. Und den kann ich dann auswählen. Und wenn ich den auswähle, zack, dann springt er um. Dann seht ihr jetzt ganz viele Parameter, die ich mir so zurechtgelegt habe, wie ich sie gerne hätte. Und da kann ich dann zwischen switchen. Und ich könnte jetzt auch wieder auf den Standard-Screen zurückspringen. Und dann bin ich wieder in dem ersten Screen. So. Hier kann ich dann noch einmal meine Zähler zurücksetzen. Und das ist es dann auch gewesen. Wir kommen noch mal kurz einmal zurück zum vorherigen Screen. Den hatte ich euch ja einmal erklärt. Wenn ich da dann nach rechts mit dem Joystick gehe, dann habe ich hier nur die Möglichkeit einmal zu synchronisieren. Genau so. Und dann gehen wir auch schon weiter zur Navigation. Bei der Navigation habe ich auch wieder alles Wichtige auf einen Blick. Und zwar habe ich hier oben einmal die Uhrzeit. Unten einmal das GPS-Signal, ob ich eins habe oder nicht. Da drunter dieses Feld hier mit den zwei blauen Balken jetzt. Das ist dann meine Unterstützung. Also weiß ich, ich befinde mich gerade im Tour-Modus. Daneben einmal den Batteriezustand und hier unten rechts einmal die Geschwindigkeit. Wenn ich mit dem Joystick dann einmal nach rechts gehe, dann komme ich in das Untermenü von der Navigation. Und da haben wir einmal die Möglichkeiten hier zu verkleinern, zu vergrößern, zu verschieben. Das muss ich hier alles halt noch manuell machen, per Knopfdruck und per Tasten dann, beziehungsweise Joystick. Beim neuen Neon ist es dann zum Beispiel ja so, da habe ich dann Touchscreen und da kann ich es dann mit den Fingern machen. Dann habe ich hier die Möglichkeit zu gucken, wie weit könnte ich denn noch fahren mit meiner Akkureichweite. Machen wir mal und dann zeigt er mir jetzt den Radius an, den ich jetzt mit meinem Akku noch schaffen würde. Das finde ich ganz schön gemacht, ist beim neuen Neon genauso. Das haben sie sich von dem alten hier abgeschaut. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, hier oben zu navigieren. Da ist dann die Zieleingabe. Ich kann gucken, letzte Ziele. Ich kann eine Heimatadresse anlegen, ich kann eine Arbeitsadresse anlegen oder ich kann gespeicherte Orte einsehen. Diese gespeicherten Orte, die kann ich dann zum Beispiel über die App kann ich mir Routen speichern. Ich kann zum Beispiel auch über Komoot mir Routen speichern, die dann direkt in der eBike Connect App von Bosch eingepflegt werden. Und die könnte ich mir dann hier direkt bei gespeicherten Orte rausziehen und fahren, wenn ich möchte. Interessante Orte habe ich auch noch. Das ist auch noch so ein Punkt, den ich euch zeigen wollte. Und zwar habe ich die Möglichkeit, wie es auch beim neuen Neon jetzt ist, zu gucken, was habe ich für Möglichkeiten in der Umgebung. Zum Beispiel kann ich hier sagen, essen und trinken. Ich suche einen Kaffee und jetzt würde er gucken, was wir denn für Cafés, Restaurants in der Umgebung haben. Und dann kann ich hier auswählen, wo ich hin möchte und dann werde ich da einfach schnell hin navigiert. Oder ich könnte zum Beispiel schauen, unter öffentlich, wo ist die nächste Botschaft zum Beispiel, auch interessant. Friedhof, gut, da wollen wir noch nicht hin. Gefängnis wollen wir auch nicht, aber anscheinend legt da Bosch sehr viel Wert auf sehr viel Detail. Ich weiß, dass beim neuen Neon haben sie glaube ich so Sachen wie Gefängnisfriedhof etc. haben sie glaube ich rausgenommen. Ja, also muss jeder für sich selber wissen, wo er gerne hin navigiert werden möchte. Also die wichtigsten Sachen sind natürlich Freizeit, Essen, Trinken. Da kann man auch mal gucken, hier Attraktionen, Aussichtspunkte. Ich habe sehr viele Möglichkeiten, die ich hier auswählen kann, um wirklich, wenn ich zum Beispiel auch mal im Urlaub bin vor Ort, einfach mal zu gucken, was ist in der Nähe, wo können wir dann schnell mal mit dem Rad hinfahren. Das finde ich wirklich eine ganz schöne Sache von Bosch. So, und dann gehen wir wieder raus aus der Navigation, jetzt können wir mal hier diesen Homebutton verwenden und dann, wie gesagt, kommt er zurück auf dieses Display, auf diesen Rideschirm. Und jetzt gucken wir uns als letzten Punkt nochmal hier die Fitness an. Da zeigt er mir dann an, ja, meine Trittfrequenz, wie viel Watt das dann wirklich sind, wie viel Kalorien ich verbrenne. Durchschnitts, Trittfrequenz, Maximalgeschwindigkeit, könnte ich mir auch nochmal zurechtlegen, wie ich möchte, zeige ich euch gleich. Hier unten habe ich dann nochmal die Zeit, wie lang fahre ich denn. Dann gucken wir mal rechts in den Einstellungen, da haben wir jetzt den Standardscreen, klicken wir mal drauf. Das wäre dann jetzt der andere Screen, den ich hätte, von der Grundlage her ähnlich. Hier zeigt er mir nochmal an, welchen Trainingseffekt ich denn jetzt habe, aber sonst von den Parametern her ähnlich. Und den kann ich dann natürlich auch wieder umschalten in den Benutzerscreen. Wie gesagt, den zeige ich euch jetzt gleich nochmal, wie man den dann selber anpasst. So, dann nochmal eben zwischendurch. Lichttaste ist klar. Licht an, Licht aus. Wird dann hier oben auch mit einem Symbol gekennzeichnet. An, Aus-Taste ist auch klar. Die beiden habe ich euch schon erklärt. Und dann gehen wir mal rüber zum letzten Punkt. Das sind dann die Einstellungen. So, und dann gehen wir einmal durch. Jetzt haben wir als erstes einmal die Verbindungen. Ist klar, Bluetooth ist klar. Smartphone verbinden. Herzfrequenzgurt, was ich eben angesprochen hatte, könnte man auch verbinden. WLAN kann man verbinden. Hier zeigt ihr dann auch an, was habe ich jetzt hier für Möglichkeiten. Da taucht jetzt unsere Fritzbox aus unserem Geschäft auf. Da könnte ich mich dann jetzt einklinken. Dann gehen wir mal rüber zu Karten und Navigation. Da habe ich einmal die Möglichkeit, dann einmal zu wechseln zwischen Tag und Nacht. Das kann ich automatisch machen. Das kann ich aber auch aufstellen, wenn ich möchte. Dann die Kartenverwaltung. Welche Karten habe ich denn installiert? In dem Fall habe ich jetzt hier Deutschland und Österreich drauf. Ich könnte aber noch hier unten ganz viel, viel mehr. Frankreich habe ich sogar auch drauf. Italien, Niederlande, Schweden, Spanien. Also ihr könnt euch wirklich dann das draufziehen, was ihr braucht. Oder wenn man gerade zum Beispiel jetzt in Spanien in Urlaub ist, dann kann ich mir mal eben kurz das Kartensystem von Spanien hier aufs Bosch Neon draufziehen. Das kennen wir vom Kiox und vom neuen Neon. Beziehungsweise auch in der E-Bike Connect App von Bosch habe ich auch die Möglichkeit, mir die Offline-Karten schon runterzuziehen. Also, dass ich dann wirklich schon vorher gewappnet bin und theoretisch kein GPS-Signal bräuchte. Kartendarstellung ist auch soweit klar. Kann ich wählen zwischen 2D, 3D, die Navigation auch. Und in Karte in Fahrtrichtung, das sind dann die Einstellungen für die Navigation. Dann kommen wir zum Profil. Da steht nichts weiter drin, außer mein Name und meine E-Mail-Adresse, mit der ich mich hier registriert habe in dem Neon. Unter Mein E-Bike habe ich dann einmal die Möglichkeit zu schauen, was habe ich denn für ein Rad. In dem Fall haben wir jetzt hier einen Simplon-Radumfang. Wie gesagt, sollte ich so nicht beigehen, beziehungsweise wird vom Fachhändler voreingestellt. Schaltempfehlung kann ich mir anzeigen lassen oder nicht, wenn ich möchte. Und dann sehe ich noch einmal den Batteriestand. Und was ich denn für eine Batterie drin habe, in dem Fall ein 625 Wattstunden Akku. Und ich könnte hier noch einmal die Reichweite zurücksetzen. So, dann kommen wir zum Punkt Mein Neon. Da könnte ich unter anderem die Höhenkorrektur oder die Schwankung des Drucks nochmal ausgleichen, wenn ich möchte. Das finde ich auch ganz schön gemacht für viele, die dann ja auch gerade so Richtung Berge unterwegs sind. Ich habe die Möglichkeit, mir die Helligkeit vom Bildschirm einzustellen, entweder automatisch oder ich habe sie, wie in dem Fall, jetzt auf manuell 80% eingestellt. Dann habe ich die Möglichkeit, mir diesen Home-Button zurechtzulegen, beziehungsweise wir haben ja eben gesehen, dass wir dann immer wieder in diesen Write-Bildschirm kommen. Ich könnte aber jetzt auch sagen, wenn ich die Home-Taste drücke, ich möchte ins Dashboard kommen oder in den Fitness-Bildschirm oder in die Navigation direkt. Das kann ich hier dann nochmal festlegen, separat. Dann haben wir gerade eingeschaltet das automatische Zurücksetzen, also sowas wie Tageskilometer, Kalorien etc. Das wird dann einmal um 0 Uhr automatisch alles auf 0 gesetzt wieder. Und ich könnte dann hier nochmal das ganze Neon auf Werkseinstellungen zurücksetzen. So, und das war es dann auch schon bei Mein Neon. Dann gehen wir wieder zurück. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, Region und Sprache auszuwählen. Uhrzeitformat, imperiale Einheit ist uninteressant für uns. Wir bleiben bei Kilometer, wir wollen nicht in die Meilen wechseln. Sprache ist klar. Hier könnte ich dann nochmal wählen. Automatische Zeitzone ist eingestellt. Und das war es dann auch bei Region und Sprache. Bei Hilfe habe ich nochmal die Möglichkeit, hier unter dem Link nach häufig gestellten Fragen zu gucken. Wenn mal was unklar ist, dann einfach hier auf die FAQs gehen und einmal nachblättern. Hier habe ich dann auch nochmal Kontaktmöglichkeiten, Systeminformationen. Dann sehe ich hier die Softwareversion von meinem Neon. Kapazität 8 GB, Seriennummer etc. Erstmal soweit uninteressant, genauso wie die Lizenzen. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Und dann sind wir in den Einstellungen auch soweit durch. So, die benutzerdefinierten Screens, das kann ich euch jetzt technikbedingt gerade leider nicht einmal zeigen. Ich erkläre es euch aber einmal. Das wäre jetzt zum Beispiel mal der eine benutzerdefinierte Screen. Und das wäre dann halt hier wieder mein Standardgeschwindigkeitsscreen. Und diesen benutzerdefinierten Screen, den passe ich nämlich ganz einfach in der eBike Connect App an. Oder ich kann auch das gleiche im Online-Portal machen. Also wenn ich über den Webbrowser gehe. Und da habe ich dann die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Layouts zu wählen und mir das so ein bisschen zurechtzubasteln, wie ich möchte. Da könnt ihr gerne mal, wenn ihr denn das Display habt, euch dran versuchen. Ist, finde ich, eine ganz schöne Sache. Wie auch bei dem neuen Neon oder auch bei dem Kiox, sich seine Screens wirklich so zurechtzulegen, wie man sie braucht. Oder nur das, was man braucht, sich dann draufzuspielen. Denn das macht ihr, wie gesagt, am einfachsten dann in der eBike Connect App von Bosch. So, und dann kommen wir zum Schluss nochmal eben auf den Umbau zu sprechen. Also, wie gesagt, bei der Halterung, bei der Aufnahme, da braucht ihr nichts weiter machen. Da könnt ihr so eins zu eins das neue Display einfach draufschieben. Ihr bekommt aber mit dem Display auch einen neuen Controller. Und wie ich eingangs erwähnt habe, habt ihr dann hier einmal diesen Joystick nochmal dran und einmal diesen Homebutton. Und dieser Controller wird einfach nur eins zu eins ausgetauscht. Hinten mit dem Kabel am Display. Das kann man auch wirklich zu Hause machen selber. Das ist kein großer Akt. Wenn ihr da ein bisschen Angst oder Respekt vorhabt, dann, wie gesagt, geht auch zum Fachhändler. Die können euch das innerhalb weniger Minuten auch gerne einmal umrüsten. Und dann seid ihr tatsächlich einsatzbereit mit dem Neon. Achtet beim Kauf drauf. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass die jetzt nicht mehr im freien Handel verfügbar sind. Also, wenn ihr euch die bei eBay oder sonst wo kaufen solltet, dass ihr nicht nur das Display kauft, sondern auch wirklich diesen Controller mit dem Joystick dazu. Das ist ganz wichtig. Ja, und das war alles Wichtige, was es zu dem Neon zu sagen gibt. Wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Alternative, gerade wenn man das Intuvia drauf hat und gerne mehr haben möchte. Auch so Sachen wie Navigation. Wenn man nicht sein Handy rausholen möchte, beziehungsweise mit Handyhalterung das Ganze nicht so schön findet. Und natürlich ist das Ganze ja direkt betrieben über den Akku vom E-Bike. Von daher müsst ihr da auch keine Angst haben, dass euch dann der Handyakku irgendwann leer geht oder dass ihr Powerbanks etc. mitnehmen müsst. Also, das ist wirklich eine gute Alternative für alle, für alle gerade die, die Navigation möchten. Schreibt mal in die Kommentare, wer vielleicht schon von euch das Neon besitzt oder auch umgerüstet hat. Wer vorhat, es vielleicht umzurüsten, stellt auch gerne eure Fragen in die Kommentare, wenn ihr da noch weitere Fragen zu dem System, zu dem Display selber habt. Wir beantworten die euch gerne und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut!